Ah, seht ihr? Die Gnolle, äh, die Gnome. Gnolle. Falsche Rasse. Helfen ziemlich gut mit. Ja, wir könnten uns als nächstes um den Wind Altar hier oben kümmern. Dafür brauchen wir nur mehr Geld. Jetzt warten wir aber erstmal, bis die Jungs hier ein bisschen was gemacht haben und zurückkehren und sich Zeug kaufen. Ja, noch ein Markttag, weil es sieht so aus, als ob der Textkollektor jetzt gleich den Marktplatz aufsuchen will. Noch ein Subject gefunden. Oh, das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich auch nicht. Ja, ich kann wirklich, ähm, Reward Flags auf meine eigenen Leute setzen. Ziemlich krasses. So, wir haben hier immer noch ein Demon Wood. Ich weiß nicht, ob hier bei dem Wind Altar auch noch ein Demon Wood rumwuselt. Auf jeden Fall wuselt hier eins rum. Du hast jeden Hooligan arrestet bis auf einen. Die anderen Hooligans haben gesagt, wo er sich befindet. Leider hat er ein paar Zauber gelernt. Und wird nicht ohne Kampf zurückkehren. Das ist der hier. Okay, der Altar ist nicht mal gesichert. Um dich mache ich mir gerade Sorgen. Ja. Wir müssen erst mal gucken, dass wir in unserem Raum gehen und etwas aufräumen. Mal die Schmiede upgraden. Das ist das, was wir machen. Ich bin auf den Weg. Ich bin auf den Weg. Ich bin auf den Weg. Soverein, ein Gebiet wurde geplant. geben wir mal eine hunderter fahne auf die bären aus damit der nicht in unserem reich rumwuselt während hier weitere ach du bist mal wieder einer von den dummen deswegen stehst du nur dagegen drum das ist nicht so gut was zur hölle der harps hier an der harps motiviert bei greed ja legt sich mit den city guards an kannst du ruhig machen so jetzt gucken wir doch mal was steht uns alles keine tollen gilden zur verfügung ja trading post sparen wir uns mal wir bauen aber eine statu auf wenn ich einen bauplatz dafür finde die kriegen wenigstens schön level ups ich weiß nicht mal ob es ein max level gibt überhaupt in dem spiel ob es 20 ist weil 10 ist es garantiert nicht das weiß ich ja hier oben haben wir gerade ein bisschen viel um die ohren so geld für euch noch eine tote ratte noch mehr kreaturen denn es die wir loswerden sollten am besten gleich beide das war mein text kollektor ja meine palast wochen machen wenigstens ein bisschen was vor allem wenn sie alle drei auf einmal angreifen so nebenbei schmiede erst mal armor verbessern da oben ist habe ich gerade gesehen ist der wacht der turm des magiers da ist der treasure chest da ist aber auch das dark wood wird euch bitte hat sich gerade der gnome steel dagger gekauft okay was ist eigentlich mit euch habt ihr doch kein ihr habt zurzeit keine heiltränke okay gut ich glaube ich habe dann so das gefühl dass die angriffe immer vom magier kommen wurden sein spiel leider tic tac toe running gag mehr oder weniger ich werde noch den markplatz noch mal aus auf auf oh der hat mal tränke gut unser markplatz ist jetzt auf max haben wir noch den markplatz wie sieht es bei euch eigentlich mit items aus ihr habt immer noch nichts da du hast ein bei besseres breitschwert beide gilden sind nein ich habe einen ranger verloren irgendwann mal sorgt geld für alle markt tag ist vorbei wir kriegen immer mehr geld rein ja das dark wood hier wird keiner angreifen das demon wood und wir haben sogar im magier tower mit beware of dog gefunden okay wir haben ein gnoll an der harp hier verloren mal sehen ob die palastwache die harp hier alleine tot kriegt naja okay die palastwache ist gefallen aber die veteranen garten wird es richten so den gnome nachproduzieren den wir verloren haben ne an dem dark wood hat keiner interesse greifen wir mal hier die weiteren ruinen an ja du wirst von marketplaces und trading posts angezogen ja passanten werden gerade gehauen so wir haben überall helden unterwegs die unsere kassen füllen beziehungsweise erst mal ihre eigenen taschen füllen und dann unsere kassen mit dem geld was wir ausgegeben haben füllen der da wird sterben das ist übrigens auch mies sehe ich gerade der magier verringert die level unserer truppen das heißt sie können gar nicht richtig aufleveln ja der blöde troll hier hat ziemlich gute defense das ist das problem so was haben die leute jetzt eigentlich vor fliegen terror hat ist hunting bounty ist bounty hunting ist berserking okay fliegen fighting fliegen exploring okay gut da ist sogar noch eine geschlossene twitter chest aber da ist ja eben der demon wird im weg ja und ich suche gerade immer noch diesen blöden passen passen der sich wahrscheinlich in der hintersten ecke von hier versteckt und ich weiß nicht was geld angeht welches was geld angeht ich mir ich bin besser an sie etwas ich bin besser an sie ich bin besser an sie wo zur hölle versteckt sich der kerl Vorhin hatte ich ihn immerhin noch irgendwo rumstehen. Oh, die kämpfen gegen das Darkwood hier unten. Ja, ich frage mich ernsthaft, wo der Kerl rumwuselt. Ich hätte ihn hier unten auf die Dings setzen sollen.